Da fange ich doch lieber gleich eine neue Folge an. Das ist eine Kack-Mission. Jetzt speichere ich hier. Dann muss ich nicht immer wieder den einen Punkter machen. Was heißt das? Wrong. Override, close it! Tempest, wir haben einen Unbekannten, Evac die Pathfinder. Whoa, hold on. No go, Harper. Wir müssen uns aufhören. Kett, inbound zu deinem Bezug. Kett und das Ding? Sonne. Cool. Okay. 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 another dropship with reinforcements watch out Wieso musste ich eigentlich auch in den Nahkampf gehen? Boah, von hinten, Junge, schon wieder so'n Dude. Das lief aber jetzt echt gar nicht so schlecht. Okay. Jetzt wird wieder gespeichert und dann ja. Kett und das Ding? Pathfinder, I have enough sensory data to reconstruct an image of the past. What is an Elikette? Ah fuck, I have not fallen under. Ah shit. Autsch. Autsch. Junge, wie soll ich das schaffen? Hmm. Ich will mich irgendwie so ein bisschen an diese Dudes aus Halo. Die Kett. Ach fuck. Das waren natürlich viele überall. Die surround mich sofort. Muss ich extra in so ein Building reingehen oder was? Und damit dann der Koloss davor steht. Okay. Okay. Close it. Tempest, we have an unknown enemy. Evac the Pathfinder. Whoa. Hold on. No go, Harper. We have to leave them. Kenner, it's bound to your location. That thing? Son of a... Das ist klar, dass ein Truppenmitglied am Boden liegt, ne? Ich muss jetzt erstmal auf mich selbst achten. Da ist kein Leben. Der Koloss da drüben. Ah, scheiße. Ich werde immer mein Dingsmäher benutzen. Hier mein Schildableiterding. Ich sehe schon, das wird jetzt die Folge, in der ich die ganze Zeit daran scheitert, das zu machen, ne? Whoa. Hold on. No go, Harper. We have to lay low. Kenner, inbound to your location. Ken and that thing? Son of a... Ach, shit. Ich hoffe, der eine Dude ist jetzt tot. Ich habe ihm einfach Schilly geklaut. Wie mehr von denen ich sofort ausschalte, desto besser, ne? Wo stehen die denn? Oh, fuck. Oh, fuck. Ich werde erstmal looten. Der ist schon mal dead. Okay. Seiken 1, okay. Da unten ist auch noch einer. Oh, es ist ja noch da. Oh nein, da unten ist auch noch mal so ein Gewalt. Das ist doch. Oh, da ist auch noch... Ah, da ist auch noch ein Gewalt. Das ist der letzte von den Dropships. Der große Ding ist noch stehen! Wollen die doch auch mal was machen, meine Güte. Wie mach ich denn hier das... Oh, gut, ich kann die Seiten wegziehen. Wo sind denn die? Statt immer nur seine Granaten runter zu werfen, jetzt tu mal was du! Hund Liam! Ich will hier nicht der einzige sein, der die ganze aufs Maul bekommt. Der keine Munition mehr! Joge! Ich hab gedacht, das wird ein bisschen easy. Easy! Easy going! Ha! Clear! Was, Brazilian or not? Okay. Kann ich jetzt speichern? Ich kann es speichern, hu! Ich dachte, speichere ich jetzt. Sollte irgendwas anderes kommen, ich muss den Scheiß nochmal machen und dann wird sich jetzt geschrien. Ich habe ja auch schon gesagt, dass wir den Scheiß wieder zurückkommen können. Mit welcher Armut? Kannst du sogar finden die Sicherheit auf der Spurte? Und nur über die Optionen? Evakieren oder sterben? Diese sind die Optionen. Initiativität nicht militärisch. Sie waren nicht vorbereitet. Ja. Vielleicht können wir die Käthein zurück. Mit welcher Armut? Kannst du sogar finden die Sicherheit auf der Spurte? Das ist ein Toter Asari. Das ist Strahlungslevel 1 und die rennen da einfach ohne Helm raus. Das ist ein Toter Asari. 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 Das wäre dann schon mal ganz gut eigentlich. Das ist ein Toter Asari. 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 menge folgen brauchen wird sich hier mit diesen welten durch bin ich habe da jetzt schon gar keine gar keinen bock drauf ehrlich gesagt sowieso wie im ersten teil wie im ersten messeffekt was die verlassen das missionsgebiet deine mutter verlässt auch gleich das missionsgebiet sie muss ja stets zum einkaufen am feiertag richtig das mittwoch heute ist mittwoch meine kerlinnen sie durch den mittwoch was ich habe keine bergbau drohne eine lüge hier kann ich das hier was auch immer das ist lithium na jetzt können wir batterien draus machen ja remember die area da on eos back home when everywhere was labeled age with a bunch Dead, Elusive Man, ne? ja wir haben sie schon wir haben sie durchguckt nicht durchschaut ihm das durchgeguckt wo muss ich genau hin also das ist was ich beglotten muss und wie genau kommt auch gott erinnerungsauslöser ja Boah, da kann ich gar nicht rauf. Was ist denn das? Plot hole oder was? Das wäre so easy gewesen, einfach so rauf fahren. Das ist so kacke. Ganz ehrlich, ich bin mit dem Mako steilere Berge rauf gefahren, ohne Probleme. Warte. Warte mal, es gibt verschiedene Modis, mit denen wir einfach nur so leid, die nach rumgehen, what the fuck, was ist denn das? Ich werde hier schon langsam wieder mad, sag's euch. Wir fahren durch die Gegend und suche nach Gestein. Also eigentlich nach Mineralien, um genau zu sein, aber für das ungeschulte Auge ist es am Ende nichts weiter als ein Brockenstein. Oha. Ah ja, natürlich mit dem anderen Modus komme ich da problemlos rauf. Dann macht er dann den Altrad an, ne? Ah ok, das ist dann der blaue Modus, das ist der Rallye Modus. Die Junge. Diese armen Dinger. Ich bin noch nichts dafür, dass sie uns angreifen. Das ist dann. Ja. Das ist, was das? An eidetic trigger, related to your father, and the portions of my memory array he locked. Was triggered it? Alec tied it to your progression as Pathfinder, not to a location. Puzzling as it may be, my programming is clear. Locating more of these triggers will unlock the memories. One of your father's memories is now accessible. Return to Samnode on the Hyperion to investigate further. Don shot. Tja. Servio. ẫn Erstes. den fahrern okay ich bin hierbei nicht so ein eifrigen zwerg wie wie brock in god of war der mir immer das zeug sammelt was ich verpasst habe es Da kann ich einen Cliffhanger machen. Oh, da vorne ist noch anderes Zeug. Oh, ich muss das holen. Was auch immer das da ist, aber wir nehmen es mit. Ah, Element Zero. Oh, vier. Nein. Oh, ich muss das. 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 Okay, cool.